Ja, mein Freund, erst mal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Albian Rami, ich glaube, Rahmani, so Rahmani, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Acht Millionen Euro Stürmer, Fragezeichen. Unser neuer Stürmer, Fragezeichen. Könnte ja auch ein Zielspieler für Werder sein. Was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen vielleicht? Wir gehen mal darauf ein. Ein Tick verzögert, ein Tick verspätigt. Ihr wisst, ich war das ganze Wochenende in Bremen und hatte von daher, als dieses Gerücht rauskam, ist nicht zeitlich geschafft, über ihn ein separates Video zu machen, weil wir ja immer in den Transfer-News folgen, gerade bei interessanten Spielern, die ja auch ein bisschen was über den Spieler erzählen wollen. Das mache ich jetzt eben heute. Ich hoffe, das ist okay für euch. Soll aber keine Gewohnheit sein. Wenn Transfer-News kommen, dann kommen die immer relativ schnell. Also, das nur auch nochmal dazu. Wir kümmern uns jetzt um den guten Kerl. Ihr macht jetzt mal gerne ein Däumchen da oben. Würde mich wahnsinnig freuen. Für euch ein kleiner Klick, hier ein Riesensupport. Gerne ein Abo dalasst und dann eine kurze Info noch. Ihr wisst, gestern ist die neue Folge Werder Quiz-Taxi rausgekommen, das neue Werder-Format. Schaut es euch gerne noch an. Verbreitet das Video. Es liegt an euch, ob es im zweiten Teil kommt oder nicht. Die ersten, ich glaube, 3000 Leute haben das Video jetzt gesehen. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Denn auch ihr könnt da was abstauben. Und diese Preise laufen alle noch bis nächste Woche Montag. Und die Gewinner werden dann von mir über Instagram angeschrieben. Das heißt, vergisst auch nicht, in den Kommentaren euren Instannamen reinzuschreiben. Genau, das ist eben ganz, ganz wichtig. So, das heißt, wir fangen jetzt an. Einmal das Intro und dann let's go. Der ist gut! Der ist gut! Wir haben gegen Feier gewonnen! Justin! Justin! Hi, Justin hier. Liebe Grüße, Henry, Nico, seine Community. Viel Spaß mit dem Video. So, meine Freunde. Und damit fangen wir an. Albion Ramani, superinteressanter junger Stürmer. 23 Jahre alt, wird im August 24. Das heißt, wir würden schon perspektivisch darüber reden, einen 24-jährigen Stürmer zu holen. Und der soll einen Preisfeld haben von 7 bis 8 Millionen Euro. Ganz schön happig, wenn man überlegt, dass sein aktueller Marktwert bei 2,3 Millionen Euro liegt. Aber das ist erstmal sein Preisfeld. Und wir sind auch tatsächlich nicht der einzige Interessent. Es gibt wohl auch Interesse aus der Premier League. Ja, da muss man dann natürlich immer schauen, so in welche Richtung sieht er sich vielleicht auch. Aber er soll wohl auch an der W sein, ganz, ganz heißes Thema sein. So, Albion Ramani aus dem Kosovo. Vier Länderspiele auch für den Kosovo gemacht. 1,88 groß. Wir schauen uns einfach mal ein paar Eckdaten an und dann sage ich euch ein bisschen was über ihn, was ich bis jetzt auch so zahlentechnisch herausfinden konnte. Und aber auch einfach von dem, was ich mir anschauen konnte über ihn. In der Superliga-Meisterrunde hat er fünf Spiele gemacht, drei Tore, eine Vorlage. In der Superliga, also in der Liga selber, 15 Spiele, 13 Tore, drei Vorlagen. Dazu hat er im Kupa Rumini gespielt. Da ist aber nichts mehr rumgekommen. In der Champions League Quali hat er zwei Spiele gemacht und in der UEFA Conference League Quali hat er ebenfalls zwei Spiele gemacht. Und auch zwei Tore absolviert. Absolviert, zwei Tore mit dazu beigetragen. So, insgesamt macht das hier beim FC Rapid 21 Spiele, 16 Tore, vier Vorlagen. Das heißt, in 21 Spielen hat er 20 Scorer gesammelt. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Konnte eben auch schon das ein oder andere Mal international spielen, wenn wir hier sehen. Conference League hat er auch zwei Vorlagen, sechs Spiele gemacht. UEFA Conference League Quali hat er acht Spiele gemacht, neun Tore, eine Vorlage. Champions League Quali hat er auch viermal gespielt. Also ein paar internationale Einsätze sind eben da und auch für den Kosovo eben, wie gesagt, die vier Länderspiele. Jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil. Und zwar wird Avion Rahmani als Zielspieler komplett immer überall formuliert. Und auch hier in dem Artikel, wo auch das Preisschnitt immer genannt worden ist, holt Werder diesen acht Millionen Euro Stürmer. Überall siehst du, dass er ein Zielspieler ist, ganz klarer Zielspieler. Ja, aber auch vor allen Dingen sehr technisch feiner Zielspieler. Also wenn wir jetzt darüber reden, ja, ob man sich ihn jetzt vorstellt als einfach nur Boxspieler. Das heißt jemanden, der ein Endstationsspieler ist, die nur anspielt, der im Idealfall das Ding macht, Kopfball stark ist und fett ist. Das ist er nicht nur. Also ja, er hat mit Sicherheit einen sehr guten Abschluss, vor allem einen sehr kontrollierten Abschluss. Wenn man sich auch mal ihn was genauer anschaut, sieht man auch, dass er meistens wirklich sehr, sehr ruhig abschließt. Also da wird er nicht unbedingt hektisch überdreht oder sonst was, sondern er hat da wirklich die Ruhe weg. Hat auch kein Problem damit, ins 1 gegen 1 Nummer zu gehen, was ich sehr, sehr wichtig und sehr spannend finde. Weil wir da einfach relativ wenig Spieler davon haben, die sich dann wirklich auch trauen, ins 1 gegen 1 zu gehen. Rahmani sieht man schon auch in vielen, vielen Situationen, dass er immer sehr lösungsbedachter agiert. Also erinnert so ein bisschen daran auch, wie Wolfsumade manchmal so durch drei, vier Spieler durchgeht. Auch das kann er durchaus und ist einer seiner Stärken, wenn man sich das mal so anschaut. Auch seine feine Schusstechnik, aber auch das Auge für Mitspieler, finde ich super, super stark von dem, was man, wie gesagt, bis jetzt hier sehen kann. Was ich auch sagen muss ist, da habe ich echt mir ein paar Situationen von ihm mal reingezogen gehabt, wie er den Ball hält. Das heißt, zum Nachrücken der Spieler, super, super interessant mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Macht den Ball da fest, absolut sicher, schickt aber dann auch gleichzeitig die Spieler wirklich in die Tiefe. So, brauchst du natürlich dann auch Leute, die diese tiefen Läufe anbieten. Aber da ist ja sowieso, ich sage jetzt mal von auszugehen oder zumindest in den Gerüchten so drinne, dass wir eventuell auf ein Flügelsystem gehen. Das heißt, du hast dann eben auch zwei Spieler mit Tempo, die du dann eben da in die Tiefe schicken kannst. Ich muss mal ganz kurz einmal meine Studie festmachen. So, jetzt ist es besser. Ja, und von daher finde ich das super, super spannend, wie er da agiert. Wie gesagt, er ist alles andere als nur ein Abschlussstürmer, sondern eben wirklich jemand, den du technisch absolut mit einbeziehst. Und eben aber auch als Wandstürmer in dem Sinne benutzen kannst, dass du eben gerade in Kontersituationen vielleicht auch schaffst, dass mehr Leute nachrücken, dass du den Ball nicht direkt verlierst. Und da ist er schon sehr, sehr interessant. Ein sehr interessanter junger Mann. Ob er jetzt acht Millionen Euro wert ist, das ist natürlich so eine andere Geschichte. Da muss man halt auch drüber sprechen. Er spielt halt gerade beim FC Rapid. So, das ist echt ein großer Sprung von Rumänien jetzt zu uns rüber, also in die Bundesliga. Das ist jetzt nicht sowas, wo du sagst, ja, alles klar, das macht er jetzt mal eben. Also das muss man tatsächlich schon zumindest mal im Hinterkopf behalten. Wenn man darüber spricht, dass man einen Stürmer aus der rumänischen Superliga holen möchte und dafür acht Millionen zahlt. Auf der anderen Seite, wenn man von ihm überzeugt ist, dann kann das mit Sicherheit auch eine gute Investition sein. Man muss hier aber drüber sprechen. Er wird, wie gesagt, 24 im Sommer. Wenn er wirklich am Ende sieben bis acht Millionen kostet, reden wir in Werder-Verhältnissen absolut von einem brutal gesetzten Stammspieler. Also das wäre mit Sicherheit dann auch nur der Fall, wenn wir eben das System so umstellen, dass du auf einen Zielspieler spielst, also auf einen wirklichen Stürmer spielst, der dann eben zwei Flügel um sich rum hat. Und dann wäre auch die große Frage, was passiert mit Marvin Dux. Weil, wenn wir uns das vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Grühl, der ja schon fix geholt ist, für links eingeplant ist. Ja, der kann auch mittelstürmen, aber vorausgesetzt erstmal eher links. Und rechts Justin Jimmer und in der zentralen Position dann Rahmani. Wo spielt dann Marvin Dux? Also welche Rolle siehst du dann für ihn vor? Oder nimmst du das als Vorgriff, dass wenn eben Marvin Dux auch geht, also wenn diese Ausstiegsklausel eben auch gezogen wird und du einen anderen Stürmertypen möchtest, dass er dann diese Rolle einnimmt? Das wäre jetzt so ein bisschen noch eine Frage, die im Raum ist. Ich sehe es eher nicht so, dass du sagst, ja okay, dann wechseln die Jungs sich ab, also Rahmani und Dux, dass die sich da in Mittelstürmerpositionen abwechseln. Und wenn wir sagen, okay, wir bleiben bei Doppelsturm, dann wäre es eine sehr große Frage, wie du das angehen willst. Weil wenn nur zwei Stürmer per se Platz haben, was machst du dann? Spielen dann Grühl und Njima? Spielen Grühl und Rahmani? Spielen Jimmer und Rahmani? Oder spielt dann eben Dux und einer der drei? Das ist dann eine absolute Fragezeichen-Situation, mit der man dann auf jeden Fall auch rechnen müsste, dass es da Unzufriedenheit geben könnte, rein theoretisch, in einem Doppelsturm, wenn wir das mal so aufbauen. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass wir in diesem Dreiersturm spielen werden. Und deswegen wäre Rahmani dann dieser zentrale Stürmer, den du dann eben auch suchst. Ja, wie gesagt, besonders beeindruckend fand ich persönlich diese Ruhe, die er dann doch weg hat. Nicht nur im 1 gegen 1, sondern eben auch allgemein mit dem Ball am Fuß. Wenn er da antreibt, hat eine super enge Beiführung, das auch absolut stark, vor allem für Mitte der Stürmerposition jetzt top. Ihr wisst es selber, wenn du den Ball angespielt bekommst im 16er, dass der dann eben nicht nochmal drei Meter verspringt, sondern dass der eben wirklich am Fuß ist. Er steuert den dann da auch, macht nochmal einen Haken, knallt den rein, legt den rein, ist auch immer schön. Viele gucken ja dann drauf, knallt den am besten mit 100 kmh rein. Aber ich finde, es ist immer auch so ein Erkennungsmerkmal, wenn die dann wirklich kontrolliert bleiben und den dann reinlegen, in die Ecke rein und dabei eben nicht irgendwie hektisch werden, dumme Fehler machen, sondern so in dieser Kategorie. Die Frage ist natürlich, ob das Spieltempo aus der rumänischen Liga mit der Bundesliga zu vergleichen ist. Das würde ich absolut als Nein bezeichnen. Ebenso in Rumänien, es gibt Videos, da läuft ja an vier, fünf, sechs Spielern vorbei. Ob das auch so in der Bundesliga gelingt, ist auch mal mit einem Fragezeichen. Auf der anderen Seite, wenn du diese Stärken hast und dann daran arbeitest, kann das auch immer funktionieren. Wolltemade ist auch an drei, vier Leuten in der dritten Liga vorbeigegangen und ebenso auch in der Bundesliga. Das heißt, es kommt natürlich schon auch immer, also deine Stärken sind ja nicht auf einmal weg. Es ist einfach nur schwierigere Gegner, wo du dann deine Stärken anwenden musst. Alles in allem finde ich, ist aber ein interessanter Mann. Würde dennoch sagen, wenn er sieben, acht Millionen kostet, glaube ich, in dem Regal gibt es auch andere sehr interessante Spieler. Von daher würde ich da einfach noch ein aktuelles Fragezeichen dran machen, ob das wirklich die beste Alternative ist. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Transfergerücht. Schreibt jetzt mal gerne eure Meinung unten rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst gerne alle nochmal ein Däumchen da oben da. Wie gesagt, sorry, dass nochmal die Folge ein bisschen später gekommen ist. Ich hoffe, dass ihr euch trotzdem jetzt nochmal gefreut habt. Vielleicht gibt es ja auch ein paar, die hier reinschreiben. Nico, ich habe hier, weißt du, habe darauf gewartet, dass du jetzt dein Video machst und so weiter. Ja, knutsche auf jeden Fall an euch und ich bin raus, euer Nico und ciao.